Das ist das Märchen vom Bauer Huber. Es hat Zeit gegeben, da hat man als kleiner Bauer gut leben können. Wenn Sie Ihre Schufe anschauen, ist es echt heim nun. Ich bin nicht bewusst, dass Sie kurz vor einer Pfändung stehen, Herr Huber. Die Welt ist halt nicht für die kleine Macht, denkt er. Ich gehe. Der Bauer hat sich doch im Osten eingehofft, ich soll den Betrieb übernehmen. Ach so. Und dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Aber schlimmer, Gott immer. Huber, das ist bei dir. Jetzt, hau das auf den Tisch, der Huber. Packst du gut? Mit seiner Sau. So geht's nicht weiter. Huber. Geht's nicht weiter. Der ist jetzt ein Gesetzloser. Huber. 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 Untertitelung des ZDF, 2020